Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und habe es angeguckt. Und ich meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst. Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone jeden Teil super. Das war eine ganze Truppe von Wüstenraudis, verstehen Sie? Die haben geklatscht, gebrüllt. Ich habe wirklich gedacht, sie würde sich nur amüsieren. Get the CC Sputnik Computing Ame from your favorite software house now! Kompakt! Papa, Papa, bitte den hier! Wie sagten Sie Heiste? Ramses. Ist das nicht ein hübscher Name?